Wenn das am Ende aus dieser schrecklichen Phase von Pandemie und Krieg übrig bleibt, dann werden wir eine zivilisatorische Entwicklung gemacht haben. Dann bildet sich eine neue Wirtschafts-, Gesellschaft- und auch teilweise neue Weltordnung aus. Das ist ein Ziel, für das zu arbeiten lohnt, jeden Tag von heute an weiter. Die weltweit marodierende Plutokratie ist im Endspiel ihrer Auslese. Der kapitalistische Konzentrations- und Monopolisierungsprozess steuert in seine finale Phase. Die internationale Plutokratie, Mr. Global, beispielsweise verkörpert im WEF, besteht aus einigen Billardären wie die Rothschild-Familie oder die Rockefeller-Familie. Aus ca. 2500 Milliardären und einigen 100.000 Millionären mit mehr als 10 Millionen US-Dollar. Dieses private Vermögen ist mit ihren ökonomischen und politischen Unrechtssystemen geraubtes Vermögen. Privat kommt von lateinisch privare und das heißt berauben. Ihr ökonomisches Unrechtssystem ist der Kapitalismus. Ihre politischen Unrechtssysteme sind Die bürgerliche Demokratie des Wertewestens, wo die breite Öffentlichkeit nichts zu sagen hat, siehe, People's Entrance is Closed. Oder der Realkommunismus wie in China, der mit der ursprünglichen Bedeutung von Kommunismus als herrschaftsfreie Gesellschaft ohne Staat nicht zu tun hat. Oder eine Art Bonapartismus wie in Russland, Putin wird durch turnusmäßige Plebiszite faktisch zum Kaiser Napoleon auf Lebenszeit. Zusammenfassend kann man diese politökonomischen Strukturen auch als neoliberales kapitalistisches Patriarchat bezeichnen, als vorläufig letzte Ausprägung des 5.000 bis 6.000 Jahre alten Patriarchats. Das Ziel der Entwicklung, eine Art kapitalistisch-neophoedales Patriarchat. Die sogenannte globale öffentlich-private Partnerschaft verkörpern in diesem Bild Klaus Schwab, der Begründer und Leiter des Weltwirtschaftsforums, neben UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Eine unheilige und bedrohliche Allianz von privatwirtschaftlichen Organisationen und zwischenstaatlichen Organisationen wie die Vereinten Nationen. Diese Grafik von Ian Davis zeigt das System der globalen öffentlich-privaten Partnerschaft. In ausführlichen Artikeln auf seiner Webseite beschreibt er es. Von diesen Artikeln und von einem Interview mit Ian Davis durch den Corona-Ausschuss wurde dieses Video inspiriert. Alle Links sind im Video-Begleittext. Die GPPP ist ein weltweites Netzwerk von Großkapitalisten und ihren Partnern. Sie umfasst Großkonzerne, die Zentralbanken, internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen, die WHO, sogenannte philanthropische Stiftungen, sogenannte Philanthropen, politische Denkfabriken, Regierungen und ihre Behörden, Mainstream-Propagandisten aus Fernsehen, Funk, Presse, Spezialisten für hybride Kriegsführung wie Geheimdienste, Nichtregierungsorganisationen, ausgewählte, akademische und wissenschaftliche Einrichtungen, globale sogenannte Wohltätigkeitsorganisationen, und andere ausgewählte sogenannte Vordenker. Der Überblick zeigt die globale öffentlich-private Partnerschaft als weltweites pyramidales Herrschaftssystem. Die Politik-Macher kommen aus der Plutokratie wie Billionäre und Milliardäre. Sie bestimmen, wo es lang geht. Sie diktieren die politischen Vorgaben, ob CO2, Klimawandel oder nicht, ob Pandemie oder nicht, ob weltweite Lockdowns oder nicht, Kriege, digitales Währungssystem, gentechnische Impfungen etc. Kurz alles, was zu ihrem The Great Reset passt. Der Great Reset des Weltwirtschaftsforums hat zum Ziel Die Bevölkerungsreduktion Die sogenannte vierte industrielle Revolution Den Transhumanismus Die komplette Kapitalisierung und Kontrolle der Natur und des Kosmos Dazu benötigt er die Etablierung einer Weltregierung von Goffi Annan 1998, Global Compact oder auch Global Public-Private Partnership genannt. Goffi Annan ist UN-Generalsekretär von 1997 bis 2006 gewesen. Die Politikmacher der globalen öffentlich-privaten Partnerschaft bestimmen also die internationale Politik. Ihre Politikvermittler sind internationale Organisationen wie die UN, Internationaler Währungsfonds, Weltbank, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich etc. und werden von den Politikmachern eingeordet. Die Politikvollstrecker sind nationale Regierungen etc. Was neues sogenanntes Völkerrecht wird, setzten sie mit Willkürgesetzen und Gewaltmitteln um. Die Beauftragten, Politik, Propagandisten vernebeln die Warenabsichten vor den Bevölkerungen mit Desinformation und Zensur. Die Zielgruppen dieser Menschheitsangriffe sind wir. Die sogenannte globale öffentlich-private Partnerschaft umfasst als Politmacher, autoritäre, hierarchisch strukturierte, demokratisch nicht legitimierte, private internationale Organisationen, private Stiftungen wie das Weltwirtschaftsforum, die Rockefeller Foundation, den Club of Rome, das Chapman House, die Rothschild Family, den Council on Foreign Relations, die Open Society Foundation, die Trilaterale Kommission und sogenannte Hyperkapitalsammelstellen wie Blackrock und Co. aber auch der Welcome Trust und die Bilderberg Group mit ihren jährlichen Bilderbergkonferenzen Auf der ersten Bilderbergkonferenz legten die Gründungsmitglieder unter anderem folgendes Ziel fest. Wie bringt man in Europa und in den Vereinigten Staaten eine durch gemeinsame Zwecke verbundene Aristokratie, also die Herrschaft einer privilegierten Gruppe, zustande und zusammen? und wie erzielt man deren Übereinstimmungen in Fragen der Politik, Wirtschaft und Strategie, um gemeinsam die Welt zu beherrschen? und auch die Kommunistische Partei-Elite Chinas, russische Plutokraten, etc. Eine Maschine ist eine Verbindung widerstandsfähiger Körper, welche so eingerichtet ist, dass ihre Einzelteile für bestimmte Zwecke funktionieren und dem Ganzen untergeordnet sind. Die Verbindung der Körper zu einer Maschine bewirkt exakt vorgeschriebene Bewegungen und verhindert für den Zweck unnötige oder störende Bewegungen. Es war der multidisziplinäre US-Wissenschaftler Lewis Mumford, der diese Definition einer Maschine auf soziale Gemeinschaften übertrug. Die verbundenen Körper dieser Maschinen sind wir, die Menschen. Das hierarchische Gesellschaftssystem als soziale Megamaschine, als frühes Beispiel nennt Lewis Mumford das alte Ägypten eine der ersten patriarchalen Gesellschaftssysteme. Der Zweck dieser Maschine bestand darin, den Pharaonen durch große Bauten das ewige Leben zu ermöglichen und natürlich ihre Macht abzusichern und zu erweitern. Zu diesem Zweck wurden Bauern, Handwerker, Verwalter und Soldaten systematisch miteinander verbunden. Und die Hohepriester sorgten für die ideologische Unterfütterung, damit niemand auch nur mental ausschert. Doch das war nur ein Vorspiel. Denn die sogenannte moderne Welt, das kapitalistische Patriarchat, ist eine soziale Megamaschine, die uns mit Anreizen und Restriktionen, Geboten und Verboten, Ideologie und Moral dazu bringt, für die Machtelite unnötige oder störende Handlungen zu unterlassen und nur die Aktivitäten zu verfolgen, die ihr dienlich sind. Schon früher strebten die Machteliten danach, die Steuerung dieser Maschine zu perfektionieren, denn sie verursacht hohe Kosten und erfordert jede Menge Propaganda und Personal. Der Steuerung waren damit ganz praktische Grenzen gesetzt. Doch der Great Reset, die sogenannte Vierter Industrielle Revolution und die sogenannte globale öffentlich-private Partnerschaft als supranationale Machtstruktur beziehungsweise als Vorstufe zu einer Weltregierung, drohen den Weg in die Dystopie einer alles kontrollierenden Megamaschine Wirklichkeit werden zu lassen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020